Traumhafte Skisprungbedingungen heute. Unsere nächste große Nachwuchstroffnung mit einem guten Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Die Bedingungen schauen sehr gut aus. Über 20 Meter braucht sie. Richtig, da sind sie auch schon bereit. Ja, die Schanze ist frei. Los geht's. So, jetzt muss man runter in die Ebene. Vollgas. Super Anfahrtsposition. Gute Geschwindigkeit. Sensationeller Absprung. Da kommen sie hoch aus, hoch in der Luft. Eine ganze Flugphase. Wie weit wird das gehen? Sehr weit, ja. Und sie stellt diesen Sprung. Sensationell. Der Jubel ist groß, auch bei den Trainern. Ich kann vielleicht einmal gute Noten geben. Es muss der Sieg sein. Sieg für unsere jungen Überflüger.